Willkommen liebe Clasher bei mir im 1000 Grad Tutu beim Clanset Chaltenass heute auf meinem Rathaus 9 Account also ich bin mit dem Alexi unterwegs nach wie vor und ich hatte euch ja so ein bisschen RH9 Power versprochen aus beiden Dörfern beziehungsweise aus beiden RH90 und die sollte natürlich auch in den nächsten Tagen bekommen das ist überhaupt keine Frage so ganz nebenbei gehe ich ja mit dem Chief Barfuß jetzt auf 9 hoch ich glaube dauert noch einen Tag oder so aber ich will hier mal auf den letzten CK hinweisen denn wir haben den CK gewonnen muss man fairerweise sagen und waren aber leicht im Nachteil ihr seht das schon hier oben der Dono und auch meine Wenigkeit und auch der Blackberry haben hier drei Sterne kassiert denn der Gegner hatte oben einen einzigen 10er und wir sind hier oben ihr kennt uns ja noch nicht so lange der Dono Alex und Blackberry alles 9er hier Phil ist ein 9er Sasuke ist ein 9er Snoopy ist da musst du jetzt selber mal gerade schauen Snoopy ist auch ein RH9 und der Lord Defender ich glaube das ist unser erster 8er hier beziehungsweise mit Niki noch davor ist auch ein Rathaus 8 und bei Rathaus 8 steigen wir heute auch ein also alles was hier unter der unter der Level oder unter 10 ist ist wirklich alles 7er Dörfer 7 6er Dörfer und das waren alles nur ich nenne es ja manchmal ein bisschen überspitzt es waren Opfer aber wir gucken uns hier den Angriff 8 auf 8 an also hiermit steigen wir heute mal ein auch wenn wir danach in die 9er Angriffe gehen die werden wir auf jeden Fall die nächsten zwei Tage ein bisschen vermehrt sehen denn es gibt so ein bisschen was zu zeigen hier schöne CKs die will ich auch nicht missen und ich hoffe das gefällt euch dass ich so ein bisschen hier weitermache also es wird auch zum Wochenende wieder schön High End Content geben also Rathaus 10 Rathaus 11 vor allen Dingen und da lasst euch mal überraschen da habe ich richtig was auf Pfanne wie auch immer sage ich sage ich ja auch sehr sehr häufig aber wir sehen hier erstmal schön der H8 Angriff mit mit einem Killsquad das eigentlich nicht in die Base kam aber jetzt mit Hox hier auf Rathaus Level 8 also auf Stufe 4 geht es hier jetzt ab in die Base der Golem tankt natürlich dahinten gar nichts aber rundherum war schon so viel Defense die jetzt weggemacht wurde teilweise von den von den Magiern jetzt haben wir noch ein paar Skelette in der Mitte aber letztendlich ist das nicht wirklich schwierig gewesen hier also das ist auch das ist auch eine schöne Hog Base hier also wenn ihr so eine Basis mal seht dann erinnert euch vielleicht Mensch der Tutor hat vielleicht mal sowas ähnliches gezeigt hier das kann ich mir noch mal angucken oder ihr testet das einfach mal aus mit so einer Armee hier also das ist ja schon so ein bisschen Go ist das eigentlich Go wie Ho also mit Witches äh nicht nicht mit Witches mit Walküren Govaho so heißt es dann und Hawk Riders und das geht hier natürlich echt geschmeidig durch die Base durch hat er gut gemacht hier gut gelöst die Riesenbombe tut jetzt auch nicht nicht mehr so wirklich weh weil die Bomben jetzt habt ihr das gesehen die lagen auch nicht so in so in Reiterlaune und mit vier Walküren so ein paar Magiern hier bisschen Gift und dem Bolan ist das echt eine schöne schöne Truppenkombi hier ich habe ich habe mir die mal weggepinnt für meinen R-8er ich nehme mir immer gerne ein paar mehr Magier mit falls ich dann den Drachen aus der gegnerischen CB nicht schaffe dass ich genügend dass ich genügend Magier dabei habe die die den dann packen und wir gucken uns hier jetzt den allerersten R-9 Angriff an und ihr seht das hier Helden sind noch nicht so hoch Bebenzauber wird benutzt grenzwertig ein Bebenzauber alles in Ordnung und aber ihr seht das hier eigentlich ist das ein Luftopfer denn ich weiß aber ich kenne die Truppen von Phil nicht aber er hat jetzt schon mal an der Skelettfalle gelockt und hier auch die Clan Book gelockt ich denke jetzt geht es gleich auch weiter mit der Queen denn er hat kein Gift dabei das ist natürlich bei solcher Armee immer so ein bisschen nachteilig aber er hat eine Queen die schon über Level 10 ist das heißt sie hat auch schon eine nette Fähigkeit setzte immer bisschen rechts links einfach mal die die Magier und schafft die Queen das ja auch die Queen packt das in jedem Fall also Fähigkeit ist noch zu zünden und so super stark ist der Neuner hier jetzt nicht und jetzt kommen hier Vierer Golems und Dreier Walküren rein er sprengt hier jetzt sogar noch auf mit Mauerbrechern super gelaufen hier die Mauerbrecher muss ich mal so sagen und aber ich glaube das ist nicht so schlimm wenn die Mauerbrecher jetzt nicht so super gelaufen wären hätte er hier sicherlich die Mauer einfach an einer anderen Stelle etwas eher geöffnet bzw. hätte den Außenring aufgemacht und die Walküren fressen sich dann natürlich durch diese 6er und 7er Mauern durch das ist überhaupt kein Thema und dann geht das hier mit geballter Kraft voll in die Mitte rein Golem beide Golems tanken jetzt oder der King geht geht auch gnädigerweise auf die Golems das lenkt natürlich schön den King ab und die Magier haben sich des Kings hier erledigt schön mit dem Heilsauber er ist jetzt nachgelegt also auch genau da richtig mal kein Wut genommen sondern einfach mal ein paar Walküren nochmal durchgeheilt denn ihr seht das jetzt an den Balken die sind richtig richtig voll jetzt gehen jetzt zwar in dem äußeren Ring noch ein paar Riesenbomben hoch aber das ist überhaupt kein Thema hier für so eine coole Truppe kann man nicht anders sagen ich weiß nicht ob ich es höre ich habe unheimlich viel gesprochen gestern und heute bin wirklich ein bisschen ja so ein ganz kleines bisschen heiser geworden kaum zu glauben ist bei mir auch wirklich sehr sehr selten aber ich habe hier auch viel aufgenommen B im Job gesprochen und irgendwann versagt die Stimme dann ist einfach so da muss ich auch noch Märchen erzählen hier haben es bei mir manchmal in den Clans weil sie dann sagen Mensch guck mal da kommt der tote der Märchenerzähler alles klar Leute mache ich natürlich gerne aber am liebsten erzähle ich natürlich Clash of Clans Märchen hier und wir sehen hier den Donau die Bases werden jetzt auch schon ein bisschen stärker auch hier eigentlich eigentlich eine coole Geschichte denn die X Bögen stehen beide auf Luft und entscheide mich dann eigentlich relativ häufig auch mit Luft hier anzugreifen nein andersrum Bögen stehen auf Boden ich greife immer gern mit Luft an so rum ist es richtig und der Donau macht das hier aber auch nicht schlecht erstmal locken wenn man guter locker ist dann kann man das machen hier mit ganz ganz ein paar Magiern gar nicht mal so viel verspendet die können jetzt natürlich nicht mehr großartig in diese Base eingreifen aber auch hier wird mit einem Erdbebenzauber das komplette Compartment hier in der Mitte frei gemacht hier für euch mal ein bisschen näher rein so das ist glaube ich ganz gut und jetzt können die können sich die Bögen eigentlich fast nur noch den Weg in die Mitte suchen weil hier außen schon schön geklebt wurde da tankt jetzt zwar noch der Golem ich hätte dann immer ein bisschen Schiss dass die Bögen wieder rausrennen weil sie noch außen was zu machen haben aber die gehen hier natürlich beinhart jetzt durch die Mitte durch und auch hier mit einem Heilzauber nochmal unterstützt das wirklich nicht schlecht gemacht und ich glaube das werde ich auch mal ein bisschen probieren dass ich einfach nochmal durch heile denn da hinten erwischt die noch mal eine riesen Bombe das ist jetzt nicht ganz so schlimm also auch diese Base hier hätte man sicherlich auch mit Hox ganz gut ganz gut machen können aber Bogenschütze sind da okay das ist aber trotzdem keine Gefahr ihr seht das hier die Valkyren imnächst haben wir ja wieder Valkyren Event und ich kann die im Moment fast nicht gebrauchen muss ich sagen ich habe mal jetzt mit dem R8 mit dem Schief noch einen Angriff mal gemacht mit Valkyren das war auch ein 3 Sterner aber ich benutze sie nicht wirklich weil das Passing der Valkyren das muss genau passen also sie müssen wirklich ein Super Funnel haben damit die Schnurstracks dann die Mitte entkehren und auch noch ein bisschen für Trouble sorgen und wenn man das nicht nicht gut hinbekommt dann hat man am Ende ein Problem das alles außen rum rennt oder halt zu wenig in der Mitte übrig bleibt aber schön gemacht hier vom Dono denke ich mal die Base hier und wir sind hier jetzt schon beim Blackberry der hat sich den Elber hier vorgenommen und ihr seht das ich halt das kurz mal an der Blackberry ist dann er neuner der aber noch nicht so stark ist und er hat sie einfach mal gedacht ich nehme am Machtrang gute Wahl gute Wahl die Base ist jetzt zwar nicht so super stark aber es ist auch eine Base wo der erstmal durch muss also er hat schon 4x Bögen hat natürlich keine Entfernung hat den Rest der Def hier eher auf sehr lauen Niveau also auf eigentlich gar nichts und er nutzt eine Kombi mit Hexen und Heilern ist natürlich auch nicht schlecht vom Woche ist die zweite Front ja hier wie hier wird gefandelt und die Hexen haben natürlich erstmal keiner am über oder so gut wie kein Flächenschaden zu überstehen nur die Skelette denn von dem Magertür kommt jetzt auch nicht so so viel es geht das hier durch die Mitte durch mit Bohlern die ja in der Clanburg hatte und jetzt wird hier übersprungen ja super der Sprung da genau ins Kreuz gesetzt und ich denke mal hier kommt jetzt in der Mitte gleich noch mal da ist er da kommt noch mal Wut für den einen oder anderen Magier vor allen Dingen denn der Drache und die beiden Loons sollten jetzt natürlich schon sterben sonst hast du ein Problem am Ende aber auch hier gut gemacht und ich glaube der Drachen ah wie lange lebten den Drachen noch shit der ist jetzt schon aus dem Gift raus oder schafft der Gift den noch ja der Rest Gift hat den Drachen geschafft super das hat den Angriff hier in jedem Fall gerettet und dann sind das hier starke drei Sterne gewesen auf diese Base hier auch gute Truppenwahl wie ich finde und ähm also auch der RH9 hier hat erstmal alles richtig gemacht ich war dann ja auch irgendwann mal dran und ähm habe sehr sehr spät angegriffen das Lachen einfach an meiner Arbeit den ersten hatte ich zwar arm schon gesetzt aber den mit mit den zweiten habe ich mir richtig lange Zeit gelassen denn ich war ja auch recht hoch hier dotiert also an zweiter Stelle und das ist natürlich auch für mich eine ungewohnte Situation hier oben mal so hoch überhaupt was zu machen ich hab dann glaube ich ich hab dann glaube ich glaube ich habe ich muss mal eben ins Banking schauen ich habe den 3er hier auch nur auf 2 Sterne gebracht das hat ähm eh blackberry Azam blackberry ja haa Das schafft man natürlich auch, wenn du boostest und den Trank offen hast, dann schaffst du in der Regel zwei Angriffe hier in den Boost. Solange hast du deine Max-Truppen dann ja. Und für einen CK, glaube ich, ist das genau der richtige Trank. Also weniger zum Farben oder zum YouTube-Video gehen. Wie funktioniert denn eigentlich dieser Zauber oder dieser Trank? Das wisst ihr alle, wie der funktioniert. Alles das, was ihr im Labor noch nicht hoch habt und die Trank nehmt, ist auf Max-Level eures Labor-Levels. Und das sieht man hier richtig schön deutlich beim Blackberry. Denn der hat hier längst noch nicht alles maxed. Da müsst ihr jetzt nachgucken, was seine wirklichen Truppen sind. Aber ich glaube, da ist der Ghoulam noch auf drei. Die Valkyren, die Hexen sind vielleicht erst auf eins. Oder auch die anderen Truppen noch nicht so hoch gelevelt. Von daher ist das genau die richtige Wahl. Und dann kann man das super im Klankrieg natürlich benutzen. Und kann zumindest dann diese Tränke einfach sinnvoll nutzen. So will ich es ja mal sagen. Ich werde die auch nutzen, das werdet ihr auch sehen. In den nächsten Klankriegen, die ich mit dem frischen RH8, frischen RH9 spiele. Denn, warum soll ich mir da nicht mal ein paar 5er Hocks gönnen? Obwohl ich erst 2er Hocks habe. Bei meinen Nagelneuen hoffentlich morgen RH9 beim Schief Barfuß. Und das ist eine gute Sache, finde ich. Da ich glaube ich auch ein ganz guter Hockangreifer bin. Mache ich allerdings dann auch erst, wenn meine Helden, na wenigstens die Queen, so auf 5 ist. Ich soll wenigstens auf 5 sein und ihre erste Fähigkeit haben. Sonst macht das Ganze keinen Sinn. Aber dann schon mal ein 4er Ghoulam zu haben, obwohl man 1. 2er hat, finde ich absolut super. Finde ich absolut super. Super, diese Tränke hier, die lohnen sich in jedem Fall. Ich hoffe, ihr habt euch die auch reichlich wieder in den Clanspielen abgeholt. In 4 Tagen sind ja schon wieder Clanspiele. Und geht hier Schlag auf Schlag, so schnell kannst du die gar nicht verbrauchen, die Tränke. Beziehungsweise, so schnell kannst du gar nicht deine Helden leveln. Wie die Bücher gekommen sind, letztes Mal gab es zwar kein Heldenbuch. Aber ich denke mal, in den nächsten Clanspielen wird wieder ein Heldenbuch dabei sein. Das ist aber nur Spekulation von mir, also das weiß ich jetzt nicht. So, da musste ich jetzt mal gerade meine Stimme ölen. Wir kommen ja jetzt schon in die zweistelligen Bereiche. Das ist aber nicht so schlimm. Der Fedom hier, mit dem hatte ich mich so ein bisschen in den Haaren, muss ich sagen. Denn der Fedom ist ein bisschen taufrischer Rathaus-10er, hat auch erst 220 Truppen. Und als ich das gesehen habe, Mann, 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 was für ein Truppenmix. Was für ein Truppenmix. Und habe mich da auch ein bisschen, danach ein bisschen brüskiert, hätte ich fast gesagt. Er hat natürlich noch keine Buller, denn die Kaserne ist erst noch im Bau. Aber er hat hier schon den Rest auf Max Truppen führen. Er hat 10er. Und eigentlich muss so eine Base dann auch ein Dreier werden. Aber wenn ich dann auch noch sage, ja, später will ich die hohen 9er Dreiern. Wie später ist denn später? Ich meine, du hast ja jetzt schon Max Truppen gehabt, wenn es auch erst 220 sind. Aber die ist ja eigentlich in der LH9 Base. Die schaffen ja auch 9er. Deswegen habe ich das so ein bisschen angezweifelt, so nach dem Motto, naja, mit 18er King und 15er Queen jetzt auf 10 zu gehen. Beziehungsweise dann 9,5er zu spielen und dann zu glauben, ich muss ja nur 9er machen. Ich glaube, da liegt man falsch. Ich glaube, da liegt man falsch. Da ist man zwar im Ranking relativ weit unten, aber man wird schon zu den 10ern hingezogen. Denn ich wäre als 9er fürchterlich sauer, wenn mir ewig ein 10er meine Gegner klaut und sie dann nicht mal schafft. Das hat mich am meisten gewurmt hier. Und ich wusste auch gar nicht, alter, was ist das für eine Truppenkombi mit Blitzzaubern, Heilen, Wut, ein Eil da hinten, dann ein Hund. 16,6er Luns. Ich weiß nicht. Das kann sicherlich gut gehen. Also es ist schon eine komische Truppenkombi, habe ich gedacht. Aber wie will er das eigentlich machen? So ein bisschen hat er jetzt geschafft, aber das war jetzt auch bis hierhin nichts Halbes, nichts Ganzes. Jetzt wird da die Luftabwehr geblitzt. Da schlage ich echt die Hände zusammen. Er kann jetzt natürlich super hier über die Fäger hier reinkommen. Ich meine, ich habe diese Base auch nur gezweiert mit einem Golaloon, also mit dem richtigen Golaloon. Also kein Truppenmix oder so. Und dort hätte er eigentlich sehen müssen, dass da ganz, ganz ohne Ende diese Skellis rauskommen. Da musste richtig was dahinter haben, damit die auch weggehen, wenn die Hunde platzen. Denn die gehen nicht unbedingt auf die Skelette. Und die Luns sind einfach viel zu langsam. Ein Eil nur. Jetzt hat er zwar hier ein Heil, aber wofür ist dieser Heil eigentlich? Ich meine, die Luns haben jetzt ja überhaupt keinen, die haben bis dahin noch keinen Schaden genommen, das Heil. Das heißt, er hat eigentlich volle Luns nochmal durchgeheilt. Also er wäre vielleicht sinnvoll gewesen hier irgendwo oder da hinten an der Luftabwehr. Denn er kriegt hier, glaube ich, noch alles down. Und das ist dann aber auch gewesen. Also hier unten wäre der Heil viel, viel besser geworfen gewesen. Denn da oben waren alle Luns noch komplett oben. Und da hat er quasi volle Luns nochmal voll geheilt. Also gar nicht. Das fällt einem, weiß, das fällt einem während des Kampfes auf als Außenstehender. Selber fällt einem das erst auf, wenn man mal einen Kampf analysiert und guckt, woran hat es eigentlich gelegen. Und da müsste das dem Feder noch aufgefallen sein. Dass er hier eigentlich heile Luns hochgeheilt hat. Und wir haben dann auch die Eins gemacht. Auch den, der hat er schon ein bisschen besser gemacht, der Federn. Ja, auch das hier ist natürlich kein vollwertiger Zehner. Aber er hat hier, ihr seht das an den Lagern, 42 Truppen. Deswegen hat er uns da oben auch gedreiert, der Zehner hier. Aber hier sah das schon mal etwas besser aus. Und bis zu diesem Zeitpunkt, als wir hier oben dann auch diese Sterne hatten, stand es ja 42, 42. Ihr habt ja gesehen, wir haben gewonnen. Das heißt, ich habe mit meinem dritten Angriff oder mit meinem zweiten Angriff noch einen Dreier geholt. Aber wie ich den geholt habe, das war, für mich war es sehr, sehr spektakulär. Also ich will mich hier nicht aus dem Fenster hängen, denn ich habe ganz, ganz viel in eine Waagschale reingeworfen. Das werdet ihr gleich auch sehen. Also ohne jetzt zu sagen, der Toto ist hier der Drei-Sterne-Typ. Nee, in keinster Weise. Aber ab und zu hat der Toto halt auch mal ein glückliches Händchen. Und habe tausendmal rum überlegt, wie ich eigentlich die Base machen kann, die ich euch gleich noch zum Abschluss zeige. Und habe ganz zum Schluss nochmal umgebaut. Ich war richtig frickelig und wusste gar nicht, wie ich das mache. Aber es ist mir trotzdem dann gelungen. Aber wie es mir letztendlich gelungen ist, das zeige ich euch dann gleich nach diesem Angriff hier, der mit 92% auch schon relativ hoch war. Letztendlich hätten wir den Dreier müssen. Dann wäre alles hier oben schon gut gewesen. Aber die Prozente haben es halt nicht gerissen, denn wir lagen prozentual beim 42,42 noch hinten. Das ist natürlich dumm. Und deswegen musste einfach noch der letzte Stern her. Mal gerade gucken, wie er den eigentlich hier weiter gemacht hat. Bisschen Hexe. Also jetzt guck mal hier auf dem Tablet oder auf dem Handy. Musste diese Leiste da unten ja schon scrollen. Wie blöde. Aber ich glaube, dies war nur ein Zeitfehler hier. Mal sehen, ob da noch eine Defense offen bleibt. Aber auch hier wieder die Skelette und dann kein Gift dabei und kein einziger... Ah doch, da gab es jetzt ein paar Welpen, die wenigstens mal so ein Skelett machen. Also eine Skelettfalle. Und jetzt müssen die gleich nochmal ganz, ganz rüberfliegen. Kriegen vielleicht nochmal die eine oder andere Bombe ab. Der X-Bogen macht jetzt Schaden auf den Babydrachen. Das ist ganz gut, dass der wenigstens noch ein bisschen abgelenkt war. Und jetzt gibt es eigentlich nur noch Punktschaden hier. Das ist auch nicht schlecht. Aber der Punktschaden hat gereicht. Hier 92%. Dahinten der Level 9 oder Level 8 Tesla. Der Level 10 und Level 9 Tesla. Ich glaube, so ist es. Haben dann letztendlich hier die Entscheidung gebracht, dass das kein Dreiständer war. Und tatsächlich habe ich hier noch mit der... Ihr seht das hier auch. Zwei Minuten vor Schluss habe ich diesen hier nochmal angegriffen. Also es war wirklich ultra eng, weil ich wusste nicht, wie ich es machen sollte. Aber ich zeige euch das, wie ich es gemacht habe. Also die Base hier, muss ich gestehen. Wusste ich nicht, wie ich die angegriffen habe. Wusste ich nicht. Ich konnte mich aber zurückerinnern, dass ich mal gesagt habe, mit etwas höheren Helden kannst du auch nur einen Gole mal nehmen beim GoHawk. Das habe ich diesmal genommen. Ihr seht das hier, meine Truppenzusammenstellung. Ich habe mal zwei Walküren mit im Gepäck. Denn die Helden werden auf mich zukommen. Wenn ich hier jetzt schon mal meinen Funnel schlage, also gefangelt. Ruhig mal mit dem Babydrachen. Ein bisschen Mut zur Lücke habe ich hier gehabt. Aber mir ging ganz schön der Kackstift. Kann ich euch sagen. Aber hier der Golem tankt jetzt ganz gut. Denn der kriegt wenig Beschuss. Das seht ihr hier. Der geht ganz, ganz Behände runter. Die Kanone wird hier jetzt noch vom Babydrachen gemacht. Der kriegt auch nur ein bisschen Behände Beschuss. Von dem Magier-Turm. Jetzt natürlich vom X-Bogen. Und das war jetzt mein Funnel erstmal. Ich habe jetzt keinen Sprung genommen. Das seht ihr auch. Ich habe Wut genommen. Kein Sprung. Ich habe Wut genommen. Ich hatte dann noch drei Heilzauber für meine Hawks. Also hier richtig die Meute, die Funnel-Meute. Richtig wütend gemacht. Denn dann gehen die auch durch die Mauer durch. Der King hier in Wut mit der Queen aufs Rathaus. Und dann auch auf die gegnerischen Helden. Da seht ihr das. Meine Walküre ist da auch noch mit drin. So und jetzt kommt hier schon das Ganze. Jetzt kommt hier die ganze Schmeinerei hier rein. Und ich habe wirklich alles auf eine Karte gesetzt. Und ich habe auch ab einem gewissen Zeitpunkt. Ich habe nicht mehr hingeguckt. Ich habe nicht mehr hingeguckt. Ich sage euch das, wann ich weggeguckt habe. Wann ich wirklich weggeguckt habe. Jetzt habe ich alle Hawks gesetzt hier. Ich habe noch einen Magier. Ich habe noch einen oder zwei Magier für ein Clean-Up. Ich habe noch einen Bogenschützen für ein Clean-Up. Ich habe die Queen noch zündbar. Aber guck mal, was die Queen jetzt macht. Hä? Krise. Queen macht Mauern. Und hier habe ich nicht mehr hingeguckt. Weil ich gedacht habe, naja. Hawks fliegen weg. Da hinten noch zwei Defense-Gebäude. Unter anderem ein Bogenschützenturm. Toto, das war nichts. Das war nichts. Habe ich zu dem Zeitpunkt gedacht. Und als ich wieder hingeguckt habe, da habe ich geguckt. Da habe ich geguckt. Mensch, die Queen ist noch zündbar. Hier unten ein Hawk Rider übergeblieben. Ein einziger Hawk Rider ist hier übergeblieben. Und jetzt kommt mein Clean-Up in einer Minute. Ich wusste schon, dass es was wird. Denn ich hatte mir extra noch zwei Magier mit eingepackt hier. Und auch zwei Larkis. Die sind jetzt außen. Und glücklicherweise war da außen keine Luftfalle. Das heißt also, alles was du jetzt natürlich an Clean-Up hast, das brauchst du auch in dieser Base. Und jetzt guckt euch das an. Hier die Clan-Buket noch mit den vielen Trefferpunkten. Und die beiden Platten liegen ja auch noch. Aber hier geht jetzt richtig viel hier schon mal in die Mitte aus. Und sorgt der Hawk dafür, dass es hier weiter geht. Und ich habe echt gezittert. Ich glaube, meine Clan-Leute haben auch gezittert. Ich weiß gar nicht, wie viele Zuschauer wir zu dem Zeitpunkt hier hatten. Und ich habe danach auch gesagt, ich habe alles in eine Schale geworfen. Das hätten jetzt ein Zwei-Sterner sein können mit einem Fail. Ein-Sterner mit einem Fail. Oder es wird halt ein Drei-Sterner. Also drei Möglichkeiten gibt es ja letztendlich nur. Und dann wäre es hier trotzdem so, fand ich jetzt, belohnt. Dass man mal wirklich, wirklich alles gegeben hat. Hier sind nicht mehr viele Truppen über. Ihr seht das gerade. Also das war jetzt minimal. Aber ich denke mal, das war hier der 43. Stern. Und deswegen Rathaus 9. Ganz, ganz starker CK hier von dem Clan-Sechalt in Ass. Ich hoffe, das geht auch so stark weiter. Denn wir haben eine ganz, ganz nette Serie im Moment. Also so ein kleiner Lauf ist da. Finde ich auch sehr, sehr gut. Ich fühle mich hier auch, ich fühle mich eigentlich mit dem Account hier sehr, sehr wohl. Queen geht in der nächsten Woche, glaube ich, hoch. Mal sehen, ob ich genug Dunkles dann für den King habe. Denn die Queen ist ja fertig. Und ich hoffe erstmal, dieses R9-Geballere hat euch heute gefallen. Das geht morgen weiter. Aber morgen noch ein bisschen gemischter, ein bisschen gemischtlastig. Und ich hoffe, ihr freut euch. So wie ich da drauf. Bis dahin. Euer Toto. Ich hoffe, ihr seidтиhst. appreci schona. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Vielen Dank.